Neulich, jetzt weiß ich nicht, war das ein Traum oder die Abenteil? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Manchmal sieht man Sachen im Internet, auf Facebook. Da packt dann so die Wut. Ich habe bei einer Facebook-Freundin, einer neuen, einen Film gesehen, wie jedem ein Mensch einen Hund erschlägt. Das ist zum Kotzen. Da wünsche ich mir Schlechtes für den. Also ihm Schlechtes. Dem wünsche ich nichts Gutes. Er soll genauso mit dem Spaten erschlagen werden, wie er den Hund erschlagen hat in dem Film. Genauso sollte er erschlagen werden von irgendeinem anderen Ungeheuer, wie er selbst ist. Das ist zum Kotzen der Menschen.